Liebe Freunde der Paradoxen-Strategie, ja es geht C voran gegen die Uizugis, aber es geht zumindest voran. Und eine Sache könnte uns jetzt richtig nach vorne bringen. Ich habe nämlich, ja, gesehen, wir haben ja noch eine Verschwörung am Laufen. Und bisher sind da gar keiner mit eingestiegen, weil die meisten umliegenden Clans, oder fast alle, sind mit den Uizugis schon im Krieg. Aber, das trifft nicht auf die Jimbos zu. Und bisher haben die nicht mitgemacht, weil die mit den Hosokawas wiederum im Krieg waren. Und das ist aber jetzt irgendwie beendet. Und insofern erwägen sie es zumindest, sie es in Betracht mitzumachen. Und um jetzt ganz auf Nummer in Sicherheit zu gehen, schicke ich ihnen direkt nochmal ein Geschenk für 20 Gold. Ich glaube den, ja genau, den Bonus haben wir. Und jetzt versuchen wir es mal mit der Einladung zur Verschwörung. Und das wäre jetzt eine richtig wichtige Nummer. Mal gucken, ob es gelingt. Los, bitte, 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 bitte. Drückt die Daumen. Ich habe schlossen, mich an eurer Verschwörung zu beteiligen. Ausgezeichnet, Leute. Ausgezeichnet. Verschwörung. So, jetzt sind sie dabei. Und jetzt können wir sie in den Krieg mitholen. Gegen die Uizugis. Los. Los geht's. So, und jetzt müssten sie im Krieg sein. Krieg mit Uizugi. So, und die haben ja hier immer ein, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Provinzen. Ich hoffe, sie heben jetzt auch ein bisschen was aus. Ja, schaut euch das an. Haha. Ist ja großartig. Finde ich zumindest. Ja, sehr schön. Zehntausend, also bestimmt 15.000 Mann bringen die jetzt gegen die Uizugis. Und das könnte jetzt ein, eine entscheidende Tat gewesen sein. So, ihr zieht mal gleich da runter. Okay. Sind die in der Gefahr? Nee, die marschieren alle nach Süden. Und die werden jetzt im Süden auch noch weiter zu tun haben. Sehr schön. Wir können, glaube ich, jetzt unsere Belagerung einfach gemütlich fortführen. Und darauf warten, dass hoffentlich die Uizugis im Süden richtig Probleme bekommen. So, irgendwas, was mal irgendwas ist hier gewesen. Ach, verdammt. Auch dieser großartige Ninja-Kahn konnte ihn nicht töten. Den Nachfolger des Hosokawa-Clans. Mensch, also, wie oft man da es probieren muss. So, Jimbo, das wissen wir. Heiratsangebot interessiert uns nicht. Ah, das ist wirklich bitter. Dass das mit den Ninjas so schwierig ist. So, er will schon wieder einen Titel. Das lehnen wir ab. Ich glaube, wir sind so gesichert, dass das kein Problem darstellt. Ah ja, das ist der Geschichte, die Geschichte mit dem Daimyo-Titel. Tja, ich weiß gar nicht. Wir können ihm, glaube ich, keinen geben, ne? Diplomatie. Titel. Landtitel gewähren. Ja, das ist nur ein Landtitel. Ja, weil er irgendwie sein Land nicht da hat, wo ich die Daimyo-Titel habe. Ich meine mich zu erinnern. Ja, tut mir leid. Wir verdienen fünf Ehre. Wir haben was versprochen, was wir nicht halten können. Das passiert. In Zeiten des Krieges. So, ich ignoriere jetzt völlig die Uesugi. Ich ziehe jetzt einfach meine Belagerung durch. Oh, und ich sehe... Ups, in Morayama sind Revolten möglich. Warum das denn? Und wo ist Murayama überhaupt? Gibt es hier eigentlich ein Revoltenrisiko? Ja. Aha. Haben wir eine Provinz zu viel? Wir haben fünf. Verstehe ich gerade nicht, was hier los ist. Murayama ist ja eine von unseren Provinzen. Und warum ist da Revoltenrisiko? Benachbarte Rebellen. Ach so. Na, das ist natürlich jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Wie können wir das denn verhindern? Das Problem ist, wir treiben Steuern ein hier. Vielleicht sollten wir da Steuern eintreiben, wo wir das Theater haben. In Ogachi. Da haben wir nämlich sowieso minus fünf. Das ist gut. Dann gleicht sich das aus. Das hätte ich schon früher mal machen sollen. Also, wir müssen dann den Zeremonienmeister zurückkehren lassen. Und den Waffenmeister. Und dann müssen wir das umorganisieren. Gott sei Dank. Ne, Hickey. Oh Gott. Die große Uizugi-Armee bewegt sich zu uns. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die müssen wir jetzt gut im Auge behalten. Sie geht weiter zu uns. Nach Yokomi. Puh. Ich befürchte, dass wir diese Belagerung hier mal eben abbrechen müssen. Und uns in Sicherheit bringen müssen. Wo sind die Gymbos? Kommt ihr schon mal? Hier sind sie. 9.750. Und da sind... Ne, das sind Hose. Ne, das sind auch Gymbos dabei. Ach. Was wollen die denn jetzt? Die 14.000... Oh, ich hatte so gehofft, dass sie... Irgendwie im Süden bleiben. Aber sie bleiben nicht im Süden. Sie ziehen nach Nitta. Verdammte Axt. Wir haben auch... Keine Ruhephase. Hm. Das ist bitter. Na toll. Unser Zeremonienmeister hat seine Aufgabe zur persönlichen Bereicherung genutzt. Das ist schlecht. Entweder Unterschlagung oder er bekommt eine Geldstrafe. Wie ist denn seine Meinung? 87. Oder er muss hingerichtet werden. Ne, er bekommt eine Geldstrafe. Das ist schon in Ordnung. So, aber was ist hier los mit diesen... Mit dieser Riesenarmee. So. Oh, verdammt. Sie marschiert wohin? Nach Samukawa. Aha. In Richtung unserer 10.000 Verbündeten. Das finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Wir werden mal die jetzt hier hinschicken. Sind das unsere? Ja, das sind unsere. Da könnten wir auch noch welche zur Not hinschicken. Aber ich glaube, wir lassen sie erst mal dort angreifen und dann gehen wir rein. Ich schaue mal kurz, wie lange es braucht, ehe wir da sind. 24. August. Das geht relativ schnell. Relativ. Sie sind am 31. da. Wir lassen sie jetzt mal kommen. Nein, sie fliehen. Unsere Freunde fliehen. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, bleibt doch da. Wir helfen euch. Oh, nee. Sowas doofes. Das ist ärgerlich. Hm. Das ist wirklich ärgerlich. Kann man... Was kann man jetzt machen? Wir versuchen mal folgendes. Wir werden mal einen Teil hier lassen und jetzt darüber gehen. Vielleicht kommen sie dann zurück. Vielleicht bleiben sie da. Vielleicht sind sie intelligent. Sind sie das intelligente Wesen? Nein, sie marschieren weiter. 31. Wir sind am 30. da. Die sind am 4. September da. Die sind am 1. September da. Wollen wir es riskieren, wenn wir jetzt hier mit allen gehen? Mit allem, was wir haben? Wollen wir die große Schlacht riskieren? Wir sind auf jeden Fall vor ihnen da und sie haben einen Flussüberquerungsmalus. Und hier kommt noch fast 5000 Verstärkung. Ja, wir müssen uns irgendwann denen stellen. Es hilft nichts. Es wäre doch so schön, wenn ihr hier bleiben würdet. Wir könnten sie doch super locker besiegen. Bleibt doch stehen. Verdammte. Verdammte Vasallen, ihr Feiglinge. Komm, 31. Oh, wird das eine Riesenschlacht. 30. August. Da sind erst 8500. Der Rest kommt dann erst in den Tagen danach. Uhuhuhu. Mal sehen. Mal sehen, Leute. Jetzt geht's los. Uh, Gott, oh Gott. Ah, sie haben mal wieder den besseren Befehlshaber. Warum haben die so gute Befehlshaber? Schaut euch das an. Kriegsgrunds24 ist doch heftig. Und wir nur 18. Aber dafür haben die die Flussüberquerung. Und dafür kommen die jetzt... Äh. Nee. Ich dachte, sie kommen zurück. Das ist nur ein Teil dessen. Wo gehen die denn jetzt hin? Die... Da geht ein... Teil kommt nach Samukawa. Toll. Großartig. Ah, verdammt. Boah, die kämpfen auch noch so gut. Oh Gott, ist das bitter. Ist das bitter. Hm. Was für eine blutige Schlacht. Aber im Moment haben wir die Oberhand. Ja, jetzt kommt auch noch Verstärkung. Und hier kommen leider Uesugis Nutzen die Situation aus, dass wir jetzt hier noch ganz wenige sind. Können wir hier noch was abziehen? Ja, das müssen wir. Wir müssen da zur Hilfe kommen. Vielleicht können wir die direkt teilen oder so. Ähm. Gott, hier sind ja auch nur so eine Mini-Armeen dabei. Seltsend. Jetzt aber. So. Dann schicke ich jetzt die 4000 rüber. Zur Hilfe. Vielleicht kommen sie noch rechtzeitig. Aber hier bleiben wir mal bei dieser großen Schlacht. Puh. 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 Oh Mann. Ja. Wir haben das abwenden können. Sehr gut. Reicht das eigentlich für die Belagerung? Äh. Reicht nicht. Dann bleiben wir jetzt hier schön stehen. Und verfolgen mal weiter diese heftige Schlacht. Wo sich. Und wir haben sie gewonnen. Schaut euch das an. 14.000 unsere Soldaten. Und die Gegenseite hat 6000 verloren. Oh nee. Also es ist wirklich verflucht. Es ist wirklich verflucht. Naja. Immerhin haben wir sie aufgehalten. Ist doch auch mal was. So. Und jetzt müssen wir aber hier ein bisschen was zurücksenden. Damit die Belagerungen irgendwie dort zumindest weitergehen. Mal gucken, ob das reicht. Und irgendjemand ist gestorben. Wie ihr vielleicht auch hören konntet. Wer war es? Nambu Yoshitori. Sagt mir nichts. Ah. Verdammt. Wir müssen ja auch unsere Berater jetzt umsetzen. Also wir wollten denn hier nach Murayama wollten wir den Ordnung herstellen. Schicken. Genau. Wegen des Revoltenrisikos. Und wo hatte ich das Theater? Hier hatte ich das Theater. Da schicken wir unseren Steuereintreiber hin. Nach. Ogashi. Genau. Damit sollte das Problem geklärt sein. Gut. So. Wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir schon 8000 unserer Leute. Aha. Da sind unsere Vasallen offenbar hingegangen. Kommt jetzt hier noch was nach? Nee. Es kommt nichts mehr nach. Gut. Was machen die Jimbos? Hier. Sie kommen langsam. 9000 und da nochmal 1000. Okay. Und hier sind noch 2000. Aber die müssen... Die müssen hier unten irgendwie rumgehen. Ach. Ich hoffe ja wirklich auf Entlastung. Ich hoffe ja wirklich auf Entlastung. Gut. Müssen wir bloß beobachten, was die 7000 machen. Die ziehen sich jetzt erstmal zurück nach Saitama. Okay. Und das... Oh, das sind auch noch Uizugis. Wo kommen die denn plötzlich her? 5100. Die teilen sich aber. Okay. Yokomi. Hier unten ist eine Schlacht. So weit, so gut. Was machen die 7000? Hier gehen sie hin. Na, möglicherweise wollen sie hier oben zuschlagen. Da hätten sie auch keine schlechten Chancen. Weil wir hier... Auch nicht übermäßig stark sind. Wie ist unsere Bilanz? Oh, plus 3,67. Ich fürchte, wir müssen mal wieder... ...ordentlich was ausheben. Hier können wir ausheben. Wir brauchen hier Hilfe. Hier. Geht auch. Da ist nix da. Hier heben wir aus. Endlich mal im Süden. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hier lohnt sich's noch nicht. Hier können wir schon wieder. Wie sieht's jetzt aus mit der Bilanz? Achso, hat er noch nicht aktualisiert. Gucken wir hier nochmal durch. Das sieht auch gut aus. Okay. Das reicht erstmal. Die schicken wir dorthin. Und die ganzen... Tja, nee, nicht die 8000, aber die. Was machen wir mit denen? Tja, gehen wir hier nach Soma oder nach Sosa? Auf jeden Fall müssen wir hier bleiben, um uns gegenseitig helfen zu können. Ich glaube, ich gehe mal nach Soma. Da können wir uns, glaube ich, verteidigen. Ganz gut. Oh, Nomishiba Takazuke. Ach Gott, hier. Eine Rebellion von so einem Mini-Clan. Das interessiert uns nicht. Und ich warte ja hier noch. Was machen die Gymbos? Die brauchen viel zu lange. Saku. Dann sind sie endlich da. Okay, dann tauchen 10.000 neue Gegner aus für die Ui-Sugi. Sehr gut. So, Nanbu Norutoki besucht uns. Er wollte mich persönlich darüber in Kenntnis setzen, dass er in Date die Herstellung von Hakenbuchsen erlernt habe und mir diese Information zur Stärkung der militärischen Position des Clans weitergeben wolle. Er riet mir außerdem, dieses Wissen auch an die restlichen Clan-Mitglieder zu übermitteln. Das ist hervorragend. Alle Vasallen, das ist hier wohl ein kleiner Fehler, hat den westlichen Einfluss. Euer Vasal erhält das Wissen um die Hakenbüchsen. Sehr gut. Natürlich werden wir es weitergeben. Prima. Das heißt, wir können jetzt... Was können wir jetzt? Wir können jetzt, glaube ich, Gefolge rekrutieren mit Hakenbüchsen. Ich glaube, das ist möglich. Könnte das möglicherweise der entscheidende Baustein jetzt sein? Daronien sind aber im Moment nicht verfügbar. Und es gibt natürlich noch Gebäude in dieser Hinsicht. Aber können wir jetzt auch christlichen Glauben annehmen? Wir könnten, glaube ich, bauen, wenn die Provinz betroffen ist. Hier ist der Büchsenmacher. Büchsenproduktion plus 30. Was heißt denn das bitte? Also damit muss ich mich jetzt mal noch ein bisschen befassen. Mit diesem Thema Hakenbüchsen. Die Schiebers sind christlich. Okay. Schauen wir uns das nochmal an. Wo haben wir Christen? Das sind die blauen. Und... Achso, das Gestrichelte ist westlicher Einfluss. Alles klar. Und dort? Naja, ich glaube, also man... Unsere normalen Rekruten haben natürlich jetzt nicht diese Büchsen. Aber ich glaube, Gefolge können wir rekrutieren. Müssen wir überhaupt darauf achten. Wenn das nächste Mal Gefolge kommt, Ronin oder so, dann werden wir diese Möglichkeit vielleicht nutzen können. Da haben wir es schon, Ronin. Tatsächlich. Hier ist es. Hakenbüchsen. Schützen rekrutieren. Achso. Oh, jetzt kapiere ich das. Alles klar. Wir brauchen 250 Hakenbüchsen. Und die müssen erst hergestellt werden. Über Büchsenmacher und über Ereignisse. Gut, verstehe ich. Das verstehe ich. Insofern... Ach ja, hier. Das hat auch gar nichts mit Ronin zu tun, sondern hier können wir ja auch Gefolge rekrutieren. Ich verstehe, verstehe, verstehe. So. Das heißt, wir müssen jetzt einfach auch mal ein bisschen Geld sparen. Wir können kein Geld sparen, weil wir das alles immer ausgeben für unseren Unterhalt, um mal so einen Büchsenmacher zu bauen. Ja, wahrscheinlich sinnvoll. Und ich sehe, hier kommen die 8000. Gehen nach Yuki. Gehen nach Yuki. Hui. Und von dort sind sie natürlich auch... Von dort können sie in unser Gebiet. Spannend. Hm. Jetzt sind sie in Yuki und marschieren nach Makabe. Sind wir hier rechtzeitig weg? 18. Januar. Ja, wir sind zumindest rechtzeitig weg. Und von Makabe aus können sie hier die angreifen. Da könnten wir hier was senden. Das geht noch einigermaßen. Und in unserem Raum stehen hier 1000 rum. Die gehen bitte mal dorthin. Und hier oben, das gehört nicht uns. Und die gehen auch dorthin. Okay. Soweit, so gut. Sollen sie doch mal weiter marschieren. So. Unser Sohn ist den Kinderschuhen entwachsen. Und wir werden in seine Ausbildung investieren. Und, tja. Zeremoniemeister Waffen... Ich glaube, wir machen ihn zum Waffenmeister. Er soll ein guter Krieger werden. Ab jetzt gilt doch nur noch Krieg, Leute. Ist das nicht so? Es ist so. Ja, sie haben ordentlich Zermürbung. Oder haben sie jetzt hier einen Angriff gestartet? 6.200. Das sieht schon besser aus. Und da belagern sie Makabe. Ja. Das können wir uns mal überlegen, wie wir da reagieren. Immerhin haben wir hier gerade 7.000 frei verfügbar. Und es kommt schon wieder ein Ninja-Angriff. Verdammte Axt. Schon wieder ein Ninja-Angriff. Gut, liebe Freunde. Also, mit diesem Zwischenstand können wir einigermaßen beruhigt erstmal diese Staffel beenden. Es ist alles immer ein bisschen wirr und verwirrend. Entschuldigt, wenn ich hier so ein bisschen ratlos manchmal bin. Weil man doch so, so, so viel im Auge behalten muss. So viele Truppenbewegung und so weiter. Aber im Moment... Tja. Bin ich einigermaßen zufrieden, möchte ich fast sagen. Wir haben übrigens auch schon wieder neue Provinzen gewonnen. Wow. Schauen wir uns das doch mal an. Wir kontrollieren jetzt aber immer noch 13. Der eine Prozentpunkt hat es jetzt nicht gebracht. Zumal wir auch an Eko-Ikis verloren haben. Aber die Uizugis werden doch spürbar kleiner. Und hier kommen... Oh Mensch. Das dauert und dauert. Aber sie kommen. 12.000 neue Freunde. Gegen die Uizugis. So. Insofern. Also erstmal Staffelpause. Ihr kennt das. Und... Tja. Dann geht's weiter. Unser Front ist relativ geschlossen. Ich bin ganz gut der Dinge. Und ich bin gespannt, wie weit wir in diesem Spiel hier noch vorankommen. Ob wir die Uizugi schlucken können. Und dann können wir uns... Würden wir das schaffen? Hätten wir erstmal freie Bahn, hier die ganzen Kleinen uns einzuverleiben. Und dann... Tja. Dann... Oh, es gibt hier noch einen relevanten Akteur, den ich jetzt gerade erst entdecke. Shimatsu sind die auf Nummer 4%. Die sind auf Nummer 4. Und Otomo. Die haben auch 4%. Naja. Vielleicht, wenn wir uns alle zusammen tun, ist noch was drin gegen die Hosokawas. Aber... Naja. Bis dahin ist noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Weil dieser Kampf gegen die Uizugis, der ist so aufreibend. Wahnsinn. Aber vielleicht können es die Hakenbüchsen reißen. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwall.